Hey Leute, ich bin's wieder eure Katz und nach dieser langen Zeit hat sich etwas verändert. Und zwar habe ich meine Haare abgeschnitten, weil ich habe mir vorgenommen, dass ich auf jeden Fall im neuen Jahr etwas an mir verändere. Und deswegen habe ich diesen Schritt hier gewagt und bin noch kürzer gegangen mit meinen Haaren. Und ich muss sagen, ich bin echt zufrieden mit meiner neuen Frisur. Also das hier ist echt das Kürzeste, was ich in meinem Leben so hatte. Und ich glaube, ich werde auch nicht mehr kürzer gehen, also keine Sorge, ich bleibe so. Und ich bin auf jeden Fall mega zufrieden mit dem Ergebnis und ich hoffe, euch gefällt meine neue Frisur auch. Aber dieses Video geht jetzt nicht um meine Haare, sondern ich habe meine Familie auf den Philippinen interviewt. Und zwar auf Deutsch, ja, ihr denkt jetzt auch ganz normal, ja. Aber meine Familie kann kein Wort Deutsch. Und das Einzige, was ich denen beigebracht habe, auf Deutsch, ist Ja oder Nein. Und ich habe denen deutsche Fragen gestellt und sie mussten diese Fragen mit Ja oder Nein beantworten. Und wie dieses Interview aussah, das seht ihr jetzt gleich. Und bitte nehmt dieses Video nicht zu ernst. Meine Familie hat es mit Humor genommen und ich hoffe, ihr nehmt es auch mit Humor. Also legen wir einfach mal direkt los und viel Spaß! Und vergesst auf jeden Fall nicht, auf Annas Kanal vorbeizuschauen, weil sie hat auch ein Video auf den Philippinen gedreht. Und was es ist, das seht ihr dann auf ihrem Kanal. Also schaut unten in der Infobox vorbei, da ist der Link zu ihrem Video. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß und legen wir direkt mal los! Lola, hier stinkt es irgendwie, bist du das? Ja. Ja? Ja, hab ich mir auch schon gedacht. Opa, findest du mich hübsch? Was? Magst du Reis? Ja. Ah, schön, ja. Willst du nicht vielleicht duschen gehen? Ja. Lola? Findest du mich blöd? Ja. Dann kannst du jetzt duschen gehen. Dann. Ach. Hallo? Hallo? Ne. Willst du, dass ich verschwinde? Ja. Bist du ein deutscher Schäferhund? Ja, soll ich jetzt gehen? Gut, dann bleib ich hier. Opa, hast du gefurzt? Oh, du bist egal. Hast du gefurzt? Ja. Ja. Doch, von dir stinkt es in dem Fall. Bist du gut in der Schule? Ja. Bist du sicher, deine Mutter? Ja. Lass mich ausreden. Ja. Findest du, ich rieche gut? Ja. Magst du mich? Oh, guapaka. Magst du mich? Magst du mich? Nein. Magst du deine Frau? Ja. Ja, das ist... Magst du Kat mehr als mich? Nein. Kat ist dumm, gell? Ja. Und magst du deine Kinder? Nein. Oh, das ist aber schlecht. Riechst du gerne an mir? Ja. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Und hier könnt ihr mein letztes Video sehen. Und wenn ihr es noch nicht gesehen habt, dann schaut es euch an. Und hier irgendwo seht ihr Annas Video. Und dann sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Also, ciao. Bye. Bis zum nächsten Mal.